Ist das Rakorian? Forschen. Gut. Das heißt, wir bewegen mal unsere Abteilung in den Sektor hier. Und uns in der Taverne und so gleich neue Truppen. Äh, nee, nichts. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Für was habe ich das überhaupt gemacht, wenn ich eine Kaserne habe? Fällt mir dazu auf. In der Kaserne geht das doch viel leichter. Neverfuckbox-Belonung. Zwei sogar. Werkzeug. Steine. Oh, nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenpost. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Ein Rivalen erforscht. Ich bin verletzend. können wir nicht die gute Lichter haben. Aber ich kann nicht die Rivalen erforscht. So, Becker. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Gut. Ähm. Was haben wir eigentlich hier? So eine Werkzeugmacherei, die sollte nach Bedarf arbeiten. Bessere Verpflegung. So, dann gleich mal weiter marschieren. So, so. Ja, wir haben viel zu bauen. So, so. So, so. So, so. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Die gleich mal auf bessere Verpflegung stellen. So, nein, so nicht. Also Schmelze. Und da forschen sie schon das Nächste. Das heißt, ich sollte mich langsam sputen mit der Mauerei. Was wird denn erforscht? Oh, Gewaltmarsch. Ja, das ist nicht schön. Oh nein, euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenpost. Ja, und das eigentliche Ziel dieser Mission ist es, Rovin und Dracorinia zu besiegen und gefangen zu nehmen. Das heißt, wir müssen ihre beiden Burgen erobern. Also, kein Siegpunkt im Match. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Wirklich... Keine wirklich heftigen Quests, das würde ich sagen. Ja, gucken wir uns mal die Questgebiete an. Es gibt drei Stücke, so wie es aussieht. Einmal hier die... Vulkan. Drachenfütterer. Ja, dieser Vulkan bringt mehr als mit bloßem Auge sichtbar. Ein alter Drache. Einer der ersten seiner Rasse hat diesen unwirtlichen Ort zu seinem Heim erkoren. Dann natürlich die Raubritterburg. An diesem furchtlauen Ort lebt der gefallene Ritter mit seiner düsteren Armee von Wundersee. Aber vielleicht könnt ihr ja sein Vertrauen überwinden und ihn überzeugen, euch zu unterstützen. Die Wuppe der gefallenen Ritter. Einen meiner Rivalen. Ah ja, blau also, Rovin. Einst war ich ein mächtiger Ritter, doch hat meine Selbstbewusstheit zuletzt arg gelitten. Wenn ihr mir ein Tribut entrichtet, würde mich das sicherlich aufbauen. Um den Gegensuch zu könnte ich euch mit einem Generalen und eigenen Soldaten unterstützen. Und der Alraunhügel. Bobaka Noroti. Dieser magische Ort ist die Heimat eines Riesen. Über die Jahre ist er Größenwahrt sich geworden und hat eine Schwäche für die Gärtnerei entwickelt. Wann hat diese Quale ein Ende? Diese Steinläuser auf meinem Rücken treiben mich noch in den Wahnsinn. Ich kenne mir vor ein paar Geistdurchschicken, die in der ungeziehten Bekämpfung bewandert sind. Wer weiß, mit diesen Gefälligkeit werde ich meine Privatarmäe gegen eure Feinde schicken. Mhm. So. Ja, mit dem Geistlichen. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten erregt. Am besten die maximale Anzahl gleich. Okay. Also. Geist. Ding. 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 Schön. Okay, drei haben wir. Oh gut, nein, euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenbrust. Genau, ihr schafft alles dran, was ihr habt. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Wenn wir jetzt lieben und recht, wenn ihr mir die ausbauen würdet. Also wenn ihr mir die ausbauen würdet. Noch einer gleich, bitte. Schon wieder voll. Hat aber noch dafür gereicht. Als nächstes die Forstwirtschaft ganz dringend. Wenn ich nämlich den Fisch gesichert habe. Dann die Ballistik. Dann die Ballistik. Dann die Ballistik.